Musik Eine regelrechte Sensation haben wir. Bislang sieht es sehr gut aus. Bislang sieht es sehr gut aus für den, ähm, boah, was ein Ball. Wahnsinn. 6-4 gegen Gunnar Schirsch. 5-4 gegen Gunnar Schirsch. Ja, das setzt sich tief an. Oh, super. Rückschlag jetzt auch nicht ideal, aber auch der Top sind von Sesh gut, aber da reagiert Aruna fantastisch. Von der Rückkantseite aus. Ja, das ist ja absolut der Schlüssel, da ist er momentan. Ja, jetzt mal langer Aufschlag mit dem System. Du sagst es an. Ja, passiv. Leichtathleten. Läufern. Ja, hat man gesehen am Tisch dieser Form. Aber jetzt mal Rückhalt, Aufschlag ohne. So, jetzt ganz wichtige Punkte. Oder Bälle. Ja, Flip. Und da kommt er... Ja, und da kommt er... Ja, und so macht jeden Fehler. Mit extrem viel Schiff. Ja, und es ist... Es variiert ja schon vor den Top-Spin. Ja, jetzt... Jetzt lässt er sich nicht mehr überraschen von dem langen Aufschlag. Timehout natürlich absolut berechtigt. Und versucht jetzt natürlich wieder seinen Spielerhythmus zu finden. Ja, denn dann in die V0 bekommt. Oh, da kommt der Rückhandtopswind jetzt mal von. Na, jetzt Glück. Das merkst du, das Ding ist schon abgehackt, meiner Meinung nach. Ja, und da ist der erste Sieg. Quadri Aruna erhöht auf 2 zu 1.